Oh, warte mal, ich sag dem Himmel mal, der soll aussteigen. Oh, warte mal, ich sag dem Himmel. Ist das ein Kackfrosch. Aber ich hab ne Idee, ich versuch mal rauszubrennen. Ja, raus ist er. Ah, so, ich war, ne, er ist raus, okay, wir versuchen es. Da kommt ein Chopper. Ah, lass uns mal gucken, wo die anderen Penners sind. Mal ein bisschen auf Tankjagd gehen. Ah, Ding startet. Da schon. Ah, ich weiß. Ja, jetzt. War noch hinter uns. Da ist er doch. Boah, schade, aber du hast ihn gleich Ja Guck mal, da hast du was Alter Der war nicht von schlechten Eltern Ja, in der Tat Ah, ist er noch Ah, ist er schon kaputt Oh nein Ich glaube, die sind drüben auf dem Delta-Dach, da am Fahrstuhl Oh, ich muss weg Oh, der kommt nie Oh, scheiße Ah, wir versuchen es Ah, hier hinter irgendwo, sneaky Ich glaube, die sind die Was ist das? Alter der ging nicht runter what the fuck falsche taste gedrückt wie geht das ja gerne mach ruhig mach ruhig mach ruhig Hornzeit ist hier ziemlich schnell holla ja hinter der Auswand an der Seite und von oben von C und über uns ich habe noch mal ja 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 Versuchs, Pendelnbewegung, bis es doch schwerer zu treffen Hier kein... Markiert, die V ist raus Oh, daneben Oh, wieder daneben Jawoll Werden anvisiert Oh Die sind von C abgesprungen Die fliegen gerade runter Ein paar Fallschirmleute auf Delta Und da ist auch die... AA Mine Die habe ich auch zerstört Willert aber wissen, der Penner Und er hat sie schafft Das Arschloch Komm, den kauf mal uns Ja, mach mich, mach mich Klar, warum nicht? Klar Wenn du keinen Bock mehr hast, sagst du Bescheid Oder so Und äh Ich bin ja auch nicht der beste Pilot Von daher Ja Den... Links habe ich abgeschossen Oh Da hinten ist der... Rechts von dir, da ist der Copter Bei Hits Komm ich jetzt grad nicht ran Er fliegt zurück Er fliegt zurück Durch die Häuser durch Ja Hab ihn gut getroffen Reicht aber nicht Ich hab ihn ausgeschaltet Schade Ja Er zerstört sich Ja Wenigsten haben wir ihn doch noch runter geholt Darauf ein Smirn auf Eis Prost Und ich hab ihn mit Ich bin ja Es war ein Schraub Ich bin leider nicht Schade Ich bin nicht Der tankt down, ja? Oh, über uns, vor uns. Jawoll, hast super hingekriegt. Da kommt noch ein Chopper. Oh, jetzt hat er, den wollte er wissen. Scheiße, ich wollte einen Roadkill machen, da ist er doch scheiße. Was? Der Chopper ist oben bei Charlie. Ah, schade. Jawoll, sehr gut. Oh Gott. Oh, da, ne. Genau. Oh, der Attack, ne, der, 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 den Shopper greift uns an. Hast du gleich. Geil. Oh, geile Sache. Das war's für heute. Ich muss mal weg. Ah, haben sie uns doch noch gekriegt, die Schwänze. Ich bin kein guter Pilot, ich fliege nur mit den Tasten, ich nehm noch nicht mal die Maus. Okay, ich lande mal auf Dach zum Wechseln. Ah, hab ich ihn gesehen, ja. Da ist er markiert. PV ist raus. Hast du den gerade mit der Tau abgeschossen? Geil. Werden wir hier sind. Hit. Oh Gott Bei Delta ist er rück zu Bravo BV ist raus Aua, ich hatte schwere Lachs ausgeschaltet Karpatt und der Aber ich sah jetzt mal Du? Mir egal, flieg du wieder Jetzt sieht es doch gut aus Hehehe Oh, okay Jetzt war ich erst da Oh, links von uns Ah Ne, nicht Unter uns Bist du? Bist du? Ausgeschaltet Hilfe Bist du? Oh, der attack hier äh, der Schopper ist wieder hinter uns Wie ein Messer Ja, kommt da schon Ja, sehr Ja, sehr Ja, geil Jawohl Jawohl Danke dir Einer hat gesessen von mir und das war genau das Quäntchen was noch fehlt Guck mal, da steht ein Tränk oder sowas 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 Wo ist er, wo ist er? Da bingstürzt Ne, da fliegt er Boah, der Penner auf dem Dach. Boah, Dach eben. Boah, lass uns mal, der Dings, der Shopper kommt wieder. Da hinten ist er, genau. Ah, schade, den habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, du fliegst. Oh, scheiße. Warte mal, ich sagte ihm, der soll aussteigen. Da vorne ist er. Da ist er. Da vorne ist er. Oh, rausschassen. War mit der TV so schön auf dem drauf. Ja, habe ich gesehen. Switcht immer. Da vorne ist er. Oh, scheiß Maus, ey. Ich habe ihn. Hey, Sojo, where are you going? We need you over here. Captain Charlie has been lost. Boot. Ah, der, ja. Oh, scheiße, ich war gerade leer. Weg. Achtung, Boot ist auf Wasser. Okay. 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 war nur ein bisschen haus im weg ja klar eigentlich eigentlich hätte man da bloß dachziegel weg pusten können ich fliege wieder aufs dach hoch oh ne warte mal da ist ja gerade was sind ja hier gleich da wo ist der penner ich muss weg hinter uns bei uns ich muss erstmal wieder luft holen nappe sache junge 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 da ist er ja du schaffst es bei alpha ist er da ist er gerade eben da zack da ist er markiert der kommt da und der dings kommt wieder der homo ja ich musste das ziel halten ja ja da hast du recht ja du kriegst da hinten ist er ja 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 ich ja 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 aber mir bleibt mal defensiver ja ich bin nicht pilot er hat noch nie mein luftradar der penner und wir haben schon was am hacken schon tot oh nichts von jeder von oh attacke ja ach ja da ja die tsch ich habe ihn schöne Arbeit hast du gut gemacht und den Shopper habe ich auch gleich noch vergeteilt davor ich stecke aus, ich mache Achtung Tank erstmal die Kiddies abfarmen ich kann ihn nicht markieren ich kann ihn nicht markieren ich sehe ihn, jetzt ist er markiert TV ist raus Daneben TV kommt ja gut er parkt immer noch hier ist er unter uns unter uns rechts von uns ja hoch 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 kade macht nix, alle check Digger wir sind noch in der Findungsphase haha 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 Ah, da ist der... Ja, raus raus. Wieder verfehlen, ich glaub's nicht. Macht der das? Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Nein. Ja, raus. Ja, raus. Ja, raus. Hab ihn! Passt du! Geil! Da ist ein Boot links! Markiert, unter uns Schade, dass du abdrehst, weil ich wollte gerade die V schießen Aber war ganz gut so Oh, ich hab ihn nicht getroffen Schade Wieder daneben, das gibt's nicht, ey Ich hab einen Copter gesaved Komm zurück zum Spawn Kannst du bei mir spawnen? Ja, geh rein Schade 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 Schade, dass er uns rausgeschossen hat Schade Schade Aber du hast ihn weggeteilt Schade 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 Schade